Ja, hallo im Namen der Firma Deutsche Saatgut GmbH. Mein Name ist Willi Auer und ich bin heute in Zölbingen im Ostallpreis unterwegs und stehe hier auf dem Versuchsfeld von einem langjährigen Deutsche Saatgut-Mais-Versuchsansteller und habe hier exemplarisch unsere Sorte Atlantico ausgesucht. Atlantico ist eine Neuzulassung aus 2020 im 260er, mittelfrühen Bereich mit CIDREF 260, CON240. Atlantico ist ganz hervorragend für eine Biogasanlage, für eine qualitativ hochwertige Fütterung. Eigentlich macht sich hier die eigentlich auch überall, wenn die Wasserversorgung so wie hier stimmig ist, ganz, ganz hervorragend. Hier steht fast unser komplettes Portfolio, das Sie sich auch unter unserer Webseite www.deutsche-saatgut.de anschauen können. Dort finden Sie auch die Kamine und die Standorte unserer Mais-Versuche. Dankeschön, tschüss. Dankeschön, tschüss.